I-Tech stellt Ihnen die neunte Generation einer wissenschaftlichen und rein organischen Sensation vor. Das Zoe-Implantat. Was bedeutet das? Unsterblichkeit. Die schönsten Momente Ihres Lebens werden jetzt ewig weiterleben. Mit dem Zoe-Implantat wird alles, was Sie mit Ihren Augen sehen und alles, was Sie mit Ihren Ohren hören, gespeichert, so dass es von Ihren lieben Hinterbliebenen erlebt werden kann. Und so werden große Erinnerungen gemacht mit dem Zoe-Implantat von unserer Familie an Ihre. Wie sind die Leben der Menschen so? Sind sie irgendwo logisch? Es ist alles so willkürlich und zufällig. Eingeloggter User Alan Hackman. Passwort bestätigt. Wiedergabe des Zoe-Implantat-Materials von Daniel Monroe. Sortiere 657.000 Lebensstunden. Es heißt, Sie sind der Beste. Ich habe Rememories von nachlässigen Cuttern gesehen. Sie hatten keinen Respekt vor den Toten. Die Toten bedeuten mir nichts, Mrs. Bannister. Ich habe dieses Projekt übernommen, weil ich die Lebenden respektiere. Mein Gatte war ein großartiger Mann, Mr. Hackman. Man soll sich an ihn als einen großartigen Mann erinnern. Löschung bestätigt. Sie haben einen merkwürdigen Beruf, nicht weil Alan? Sie nehmen das Leben von Menschen und machen Lügen daraus. Was ist mit den Episoden dazwischen? Heikle Dateien werden gelöscht. In den dunkelsten Winkeln im Leben eines anderen Mannes. In diesem neuen Projekt habe ich etwas Wichtiges entdeckt. Verwirkt sich eine Erinnerung, für die es sich zu töten lohnt. Sie haben etwas, das ich brauche. Das kann das schon sein, was Sie haben wollen. Und ein Geheimnis. Heikle Dateien werden gelöscht. Das niemals... Ein einziger Vorfall. Eine Erinnerung hat mich zu dem gemacht, was ich bin. ...gelöscht werden kann. Jetzt habe ich die Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden. Sind Sie bereit, dafür zu sterben? Die Erinnerung von meinem Daddy, die können Sie doch bestimmen. Er wird es vergessen. Nur du solltest es nicht. Du solltest es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020